Kommen wir einfach mal auf gut Glück ein, wenn ich sie finde, da oben. Wird gebaut. Bauen wir noch ein paar Einheiten, obwohl, ne, bauen wir anders. Gestoppt. Ja, ihr? Ihre Anweisung? Ja, ihr? Ich komme gerade eher mit Infanterie, so. Haben sie auch schön, was wir diese Zielschießen machen können? Den Kack Giftgasrakuten. Einheit bereit. Sir? Sir? Nein, richtig, ich brauche ihn auch. Gestoppt. Abgebrochen. Hier? 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 Ah. Zu wenig Geld. Ach, tatsächlich. Alles klar. War das jemals anders? Nein, also. Schnauze hier. Ja, hier? Hier ist noch mehr Blaus, sehr gut. Alles klar. Verstappen. Sehr, sehr gut. Verstappen. Und Gas. Sehr, 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 sehr gut. Wo geht's denn hier raus? Egal, ich habe noch mehr Blaus, die Bären. Ja, was? Ja, ja, alle haben Chemiebehälter. Deine Mutter ist ein Chemiebehälter, Alter, ey. Ich habe auch da vorne dringend eine Raffinerie mindestens. Und so nicht zwei. Dann kann ich die ganz dahinten verkaufen. Keine Ahnung. Dann bräuchte ich einen zweiten Bau vielleicht noch? Wie ist das? RPG-Werfer. RPG. Achso. Keine Ahnung, was das RPG heißt. P, G, wirst sicher. B, G, wirst sicher. B, G. Fällt auch nichts anderes dazu ein. Mit G, B fällt mir was ein, aber mit B, G, wirst. Dünn. Bau abgeschlossen. So, und damit es mir nicht langweilig wird, baue ich da gleich noch eine Raffineration. Wird gebaut. Verkauf danach die da ganz hinten erst mal. Die bringt ja eh keine Kohle, ne? Nee, da war das schon gefixt alles. Immer so wie ganz am Anfang. Obwohl, im ersten Fall ging es auch nicht, weil ich ja diesen Patch, den ineffizienten Patch mit drauf hatte. Und da war ja auch schon gefixt. Gewichst war er, äh, gefixt. Gott, wie ich jetzt Kohle verdiene. Das müssen gleich nochmal zwei Einheiten. Wenn die Kohle hier nicht verdienen. Naja, ich weiß, was ich tun soll. Füllst mich nicht zu. Ich bin hier der Chef. Mann, ey. Ich brauch einheiten. Die Panzerbrücke kann man nicht unterliegen. Einheiten bereit. Und die Elben? Ja. 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 Schwerpanzer halten einfach nichts aus. Gestoppt. Gebäude verkauft. Bau abgeschlossen. Ach nein, das könnt ihr hier nicht irgendjemanden spazieren. Dann kommt sie eben da hin. Oder... Dann kommt sie eben da hin. Was soll's? So, gut. Ähm, damit wird erst mal das. Dann bauen wir es bei einem Technologie-Zentrum. Kein Gleitjäger war irgendwie. Du, was mit. Du, was mit. Ich hab grad nenna Kraftwerk verloren, da gibt es dauerlich. OS Ich weiss, wenn du mal in irgendeine Waffen herrufährst oder so, oder mal sammeln gehst oder sowas, oder was auch immer, du tust in deiner Freizeit, irgendwas Produktives halt. Ich könnte jetzt noch Toren bauen, das soll ich vielleicht mal tun so. Wirklich gebaut! Hier geht mal blaues Enten so. Ja genau, ich wollte den Feuersturmgenerator. Bringt mir da irgendwas aus, wo ich den Feuersturmgenerator bauen kann? Glaube nicht. Naja, weil er so dämlich ist und er durchfährt. Sammler kann ich immer noch nie so eine Lichterle. Also macht das Ding hier noch platt. Ich baue jetzt diese Destruktoren. Ich setze jetzt bei mir alles. Ich baue jetzt nur ein Gewicht. Ich baue jetzt noch 5. Jungs! Ich baue zwischendurch mal einen. Ein Schwedeprande zum... Oh nein, der Piesel. Ich habe jetzt 4 Sammels, nein 5. Ich baue da noch eine Rache, schnell irgendwie 5. Sammler wird angegriffen. Ey! Wie er hartnäckig da vorbeifahren will und da ist das blaue. Und was wird denn überhaupt angegriffen die ganze Zeit? Einheit bereit. Dann will es nicht glauben. Bau abgeschlossen. Primärgebäude ausgewählt. Wird gebaut. Jetzt wollte ich mehrere Gebäude bauen. Sammler wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Meine Mutter wird angegriffen. Meine Mutter wird angegriffen. Da bauen wir noch Basis-Türme. Wahrscheinlich eh, weil alle auseinandergerissen werden von den Paketen. Ich baue noch ein Sammler. Gestoppt. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Die Produktion geht auch schneller, wenn ich 2 Wagen verbringen habe. Sehr gut. Wird gebaut. Ich glaube, ich baue noch nicht auf eine Rache hier vorne irgendwo rum. Das dauert mir einfach zu lange, wenn die da hinten hinten fahren. Bau abgeschlossen. Ja, dann bauen wir halt noch da irgendwie. Dann bau es nur so ABD-Ware. Technisch. Technisch was, ne? Dann gucken wir erstmal noch da oben. Nicht laden, speichern. So, speichern. Ja, bitte. Fortsetzen. Ich habe früher kein Geld. Nie. Hast du dieses Spiel? Nie habe ich Geld. Alles klar. Okay, hier oben ist dann alles Wasser. Not hat keine Wassereinheiten. Alles klar. Warte. Einheit bereit. Nö, passt schon. Ähm. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Bereit, Sir. Sammeln. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. In Ordnung, Sir. Wird gebaut. Ich habe mir gerade geschlossen, hier noch ein Riesen zu bauen. In Ordnung, Sir. Gebäude verkauft. Ist ja nicht hier wie bei armen Leuten, ne? Alles klar. Okay, noch irgendwas bauen, außer diesen scheiß Feuersturmgenerator. Alles klar. Generator. Der sowieso Müll ist. Alles klar. Verstattet. Verstattet. So, sind ja bestimmt auch noch mit Dampf. Schon unterwegs. Hier, Atomkraftwerke. Sind ja auch mit Dampf. Einheit bereit. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Sammler wird angegriffen. Erwarte Anweisung. Er will es nicht glauben. Ja, bitte. Alles klar. Verschlapp. Dummheit ohne Ende. Ah, das finde ich denn da mal schön ist. Alles klar. Verstattet. Lauf, kleiner, lauf. Der ist ja fast abgeerntet. Da wird sich denn die Raketen zünden können. Verschlapp. Kommt voll die Löcher in die Boden. In die Boden. Verschlapp. In die Boden, Leute. Ich hab nicht die Bohne in der Bohne, oder was? Ist das Siebensammler? Einheit bereit. Einheit verloren. Oh. Wird gebaut. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Das belastet mich jetzt total so. Obwohl, wenn die ständig hier mit Raketen um sich ballern. Abgebrochen. Und ich hab genug Strom, glaube ich, gerade. Ja. Kann ich auch lassen, einfach, ne? Und drück mal wieder weiter Stück vor und so. Dann bauen wir ein Luftabwehr. Bau abgeschlossen. Raketenstart geortet. Vielleicht soll ich wegen Raketenabwehr bauen, ne? Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angeschlossen. Ja gut, es ist nicht die Türme, Bau. Abgeschlossen. Sie bringen es nämlich total. So abwehrtechnisch sind die schon super. Ja, lauf unter das Loch. Sammler wird angegriffen. Was? Sammler wird was? Ja, wenn sie wieder mal da durchfahren. Natürlich. Gut sterben, Jungs. Ähm. Wird gebaut. Ja. Sie schießen auch durch eigene Einheit, oder? Nein, die Disruptoren sind nie gegen die Disruptoren. Der Rest eher nicht so gut aussieht. Einheit genug. Gut, ich brauche immer noch Disruptoren. Hallo. Der Sammler wird angegriffen. Bau abzuschlossen. Tiefgas. Apropos Sammler wird angegriffen. Und die darf man ja wieder hinten noch verkaufen. Kann ich doch gar nicht. Ich hab zu viel Geld. Du weißt, ich hab zu viel Geld. Ja, der war gut, hat zu viel Geld. Das ist gar nicht. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Ich glaub, ein Sammler wird angegriffen. Ich weiß nicht, aber das sagt mir so mein Gefühl. Wird gebaut. Warum baue ich keine weiteren Einheiten? Zwei, vier, sechs. Bau abgeschlossen. Warte ich nicht, sieben Sammler? Zwei, vier, sechs, sieben. Doch, hab ich verzählt. Wird gebaut. Komm, jagt das Ding zu voll. Einheit verloren. Und die schießen definitiv meine eigenen Einheit nicht kaputt. Werden die Schallpanzer in die Jungen. So, werfen wir nochmal ein paar RBGs. Wird gebaut. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Was auch immer RBGs sind. Reip aus 3, bisher aufgegriffen. Mehr davon bauen. Sonst kann ich nicht so wie, jetzt ja wohl ollut. Falls wir die Werkstatt bringen, oder dann was neu sind. Ich hab' alles. Na wenn, dann fährst du schon gleich dahinter, ne? Bau abgeschlossen. Are you waiting for me? Diaz ready. Ach, votre悲もう니다. Einsatz hier nicht möglich! Nicht möglich! Warum nicht? Diese Ausreden! Aber mehr! 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 Ich würde hier endlich sterben, Mann! Was immer du bist! Das schiebt dir auch ehrlich gesagt nicht! Ich will nur, dass du stirbst! Komm, hau in dich ab, Mann! Das ist noch ewig Schaden! Das ist immer noch nicht tot! Einheit bereit! Wird gebaut! Nein, 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 nein! Bau abgeschlossen! Nein, 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 nein! Bau ist abgesessen! Jawohl! Dann sollen wir mal weiterbauen, ne? Ich muss ein bisschen Luft auf der Welt platzieren! Wir haben ja das irgendwie... Ich hab irgendwie ein paar mehr Kraftwerke gebauen! Ich wollte gedacht, wir werden die verkaufen! Wird gebaut! Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich Angst hab, dass ich dann... Bau abgeschlossen! Wo geh ich endlich sterben? Sei nicht so hartnäckig! Einheit bereit! Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Was sieht's denn jetzt aus? Stirbst du heute nochmal, oder? Macht ihr das aber auf Schaden? Also die Struktoren, die Panzer... die Dingsbogen für die Tarn... Irgendwie gar nicht! Kann das sein? Da hab ich keinen Bock mehr da drauf! Weißt du das? Da wollen wir ja noch ein Kraftwerk wieder hin und alles wird gut! Ja, ihr... Bau abgeschlossen! Einheit bereit! Ist doch mal schön Geld zu haben, die Stroh... äh, die Heu... äh, die Oma... Bau abgeschlossen! Sir? Ist schon wieder ein Haufen Geld! So... Oh, ist schon fertig! Gar nicht mitgekommen! Luftabwehr und gleichzeitig Raketenabwehr! Ha! Zwei in eins! Bau abgeschlossen! Zwei in eins Lösung! Einheit bereit! Äh, ich glaub er ist hier... Wird gebaut! So, jetzt könnten wir so langsam mal wieder einen Angriff machen... Ja, ihr... Gucken wir erstmal hier um, was hier noch so ist... Bau abgeschlossen! Wird gebaut! Sonst muss ich noch mal wieder Titans bauen und... Wehrwölfe! Ja, ihr... Ja! Äh, ich bin dann... Was ist hier überhaupt noch? Ist hier überhaupt noch irgendwas? Bau abgeschlossen! Wird gebaut! So schön Luftabwehr, wie schlimm haben wir denn noch? Einheit bereit! Ich hab ja so ein paar Kraftwerke gebaut... Ja, ihr... Bau abgeschlossen! Ach, hier geht's so rüber zum... Die Berium, technisch! Lüftabwehr! Wird gebaut! Wird gebaut! Ist eigentlich nur ein Unterschied, welche Mission, Nebenmissionen ich als erstes mache, oder ist das... Jacke wie Hose? Bau abgeschlossen! Jacke wie Griesbrei! Wird gebaut! Hm, hm... Ich schieß das Ding noch mal! Ich will's ja nicht kaputt haben, das wächst sonst wieder! Raketenstart geortet! Auch nöö, tu dann durch das Note... Ich könnt wetten, wenn ich wieder Lazge schlieb, der Raketenor woanders würde... Bau abgeschlossen! Deswegen ist mir egal... Wird gebaut! Wird gebaut! Oh nein, das ist jetzt... Dasappelle ich ungünstlich nahe an meineズachen sino... Wie im Sandipir allem! Bau abgeschlossen! Wahr�� auch gleich, ob das Ding... Oh nein, sie fahren dringend. Wenn sie nicht drauf schießt, macht das Ding dann trotzdem weiter mit seinen... Nö, irgendwie so da nicht. Super. Irgendwie nimmt das durch die Disruptoren schon aber keinen Schaden sehr gut. Soll ich mir was vorgestellt. Einheit verloren. Der Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Schön, wie schnell das geht. So, wir bauen mehr hier davon. Ich bin im Falle, dass wir immer drauf kommen, mir mit Lufteinheiten anzugreifen. Ja, kannst du nicht von hier oben, nein, nein, nicht wieder in die Giftfolge laufen? Ich hab kein Geld mehr, hey, was? Dann kann ich jetzt hier das mal wieder unten verkaufen. Ja, bitte. Gebäude verkauft. Bau abgeschlossen. Gas bereit. Gas, ja. Hab ich hier einen Haufen. Ich bin echter Deutscher, ich geb ordentlich Gas. Was? Aha, ja. Zeit, das Thema zu wechseln. So. Einheit bereit. Ich wollte ja noch eine Glikra Kraftwerk bauen. Wird gebaut. Eingestoppt. So fährt denn der andere Sammler jetzt so. Nicht, dass er so dämlich ist und dann... Nein, 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 nein. Ihr fahr natürlich durch. Es gibt Gas, das ist klar. Und du willst ja selber sterben? Warum hat das Ding keine Lebensanzeige? Warum werden davon nicht noch mehr gebaut? Warum wird man Kraftwerk nicht gebaut? Warum wird man Kraftwerk nicht gebaut? Warum wird man immer noch kein Geld? Das heißt also, kein Sammler steht jetzt zumindest in der Gegengrund. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, ich mache es nicht. Bau abgeschlossen. Noch nicht. Machen sie nachher wieder. Einheit bereit. Ich baue lieber Kraftwerk, als die aufzurüsten. Sonst jagen die Rakete das alles wieder hoch. Noch ein Stück hier rüber. Bau abgeschlossen. So, sammelt euch. Ihr seid... ...tot? Gut. Genau, was ich geplant hatte. Das funktioniert perfekt, mein Plan. Oh, das ist wieder... Das ist ein großer. Uh, das ist weniger angenehm, würde ich mal sagen. Oh, es ist tot, oder? Ja, es ist tot. Oh, na endlich. Hat ja auch nicht lang gedauert. Egal, die Miskuriden ignorieren wir da jetzt einfach mal. Und fahren fort mit der Mission. Hier, das Blaustiberium erntet mal das hier. Erntet, meine Sammler, erntet! Alles! Erntet einfach alles! Auch die gegnerische Infanterie angegriffen. Einheit bereit! Ich find's so schade, dass das in keinem CNC geht. Einheit bereit! Ich kenn auch keine Mod, die das irgendwie einfügt, dass man die gegnerische... ...äh, Dingsbums ernten kann. Ja, hier! Einheit bereit! Sammler wird angegriffen. Ähm, ich muss wirklich mal aufhören. Ja, hier! Der Sammler war nämlich leicht teuer und so. Äh, Sammler, rissen wir da weg! Ja, hier! Ich hab! Ja! 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 Es gerieten möchte man nicht in seiner Basis haben. Zu wenig Geld! Sie machen richtig viel Schaden! Also, sie sind sehr wachsen. Ich hab kein Geld mehr. Ja! Einheit bereit! 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 Die greifen mich an! Ja! Ja! Sie griffen mich an! Ja, Sir! So, wir müssen wir denn langen. So, wir speichern bei der Gelegenheit nochmal! Ganz oft spielbar speichern, dann wird alles gut! So, ich hab keine Luftabwehr, aber die habe ich hier prinzipiell irgendwie nie. Töne ist nicht dabei... Ich will einer Spress! Einheit bereit! Die halten ganz gut was auf natürlich, sagen wir so! Bei dem Vergleich zum Schwierpanzer, ne? Ja! Die ja bei irgendwie zwei Schüssen dann schon explodieren. Aber dann da sind wir... Ja, die schießen nicht alles durch! Die Dinger sind einfach total übergehört! Das ist einfach so einfach wie es ist! hier gibt es blau ist die bärde und was ist denn das wünsche ich jetzt fliegende sammler hallo wo wirst du denn hin du kannst doch über das wasser schweben du faule schwein wasser schweben ist viel anstrengender der arbeit als über den boden schweben bestimmt ich komme von hinten irgendwie das einzige in dem die scheißpanzer besser sind sie können schweben schon wieder